Gries ist mein persönliches absolutes Lieblingsmusical, es ist so kurzweilig, es hat so viel Rock'n'Roll in den Songs, es hat so viele bekannte Lieder drin, es hat Tempo, es ist überhaupt nie langweilig. Es ist ja auch noch lustig zu allem Übel, also ich glaube, es hat alles, was ein Musical braucht, tolle Tanzszenen, viel Humor und viel tolle Musik. Bis jetzt ist es einfach genial gewesen, wir sind jetzt da gewesen und ich bin einfach verblüfft, dort gestanden. Es ist einfach die Musik, alles, alles Rock'n'Roll, gut. Besonders wie die Gangster sich verhalten und wie sie spielen, das hat mich noch irgendwie inspiriert, also cool gefunden einfach. Die Lieder als solche, sie haben schöne Stimme da, muss ich echt sagen, also ich war überrascht und die Spieler selber, also ganz toll gemacht. Die Lieder vor allem, die Erinnerung, oh, Schmelz. Also die Effekte und wie die getanzt haben, gesungen haben, es war alles ganz toll. Mir hat es ganz gut gefallen, ich wollte sogar aufstehen und irgendwie so mittanzen und die Effekte und so waren alles, ja, toll. Das Lernhof ist Ihnen von der Garage Saligari in Potmigen und der Programmzeitung präsentiert worden.